Hi Leute und willkommen zurück zu Octopus Traveller. Wir haben im letzten Mal einen überraschenden Boss geplättet, also so eine Art Open World Boss wie in der Höhle. Leider war in dieser Kiste nicht so viel drin, was er hier bewacht hat, aber hey, irgendwas ist ja immer, haben wir gesagt. Zum Glück ist das eine kleine, also so eine Low-Level-Höhle gewesen, weil das Ding hat es uns zerfetzt, aber so richtig. So, gut. Ja, was weiß ich, sieht schön aus. Da hinten mit dem doppelten Wasserfall und so. Hat was. So. Was haben wir denn noch hier? Okay, wir sollten uns langsam heilen. Ähm, du machst einfach mal. Dance für uns. So, du kannst mal heilen und zwar, joa, mach mal. Du kannst auch nochmal heilen. Oh, joa, krass. So viel Schaden machen die hier nicht. Gerade keine Katze dabei. Das hat mich echt gefreut, aber nein. Ähm, Gelettensfähigkeit, joa, hier. Kamera rauf. Ah, du brauchst wirklich eine neue Waffe. So, und ich glaube, ihr seid down. Jawoll, alle down. Wie sie. So. Hat nicht so viel gebracht, aber hat auch nicht lang gedauert. Von daher. Ist das okay. Nicht hier, nein. Hier runter. Das schöne Wasser. So, dann gehen wir jetzt mal hier gerade runter. Da ist mal nach rechts. Da unten ist eine Kiste. Ah, da kommen wir sogar ran. Der Geekranat, Apfel, ähm. Kommen wir hier rechts irgendwo lang. Nein, da kommen wir auch nicht runter. Na gut, dann nochmal hier lang. Was haben wir da? Oh, die Katze. Haben wir genug, die davor dran sind? So, nochmal drauf. Bitte hauen nicht ab, bitte hauen nicht ab, bitte hauen nicht ab. Ist ja unfair. Boah, er haut ab. Mann, das ist unfair. Wie soll man das denn so schnell schaffen? Okay, du heilst erst mal wieder. Ähm, ja, okay. Wisst ihr was? Ihr stirbt. Ich hab's überlebt. So, weg mit euch. Hat gerade so gereicht. Perfekt. Ja, Hanni bräuchte jetzt bald ein Level ab. Wegen FP, aber da kann schwimmlos ja was helfen. Anregende Pflaume, aber können wir hier links auch runter? Ja, können wir. Ah, wir haben uns gefunden. Liebes Lebens. So, dann haben wir diese Höhle auch mal erforscht. Schön. Natürlich möchte ich da speichern. Irgendein Boss allein schon. Ich hatte mehr Angst, als es nötig war, aber man konnte auch nicht abhauen, also es hätte wirklich schief gehen können. Und diese Höhle hat ja auch irgendwas tolles sein können. Naja, hatten wir ja ein bisschen Pech, aber was soll's. Was steht denn da überhaupt drauf? Oh, gar nichts. Na gut. Wir wollten weiter nach unten. Und ich glaub nach rechts. War da richtig, ne? Ja. Rechts ist richtig. Was ist das eigentlich? Nach Sirion? Ne. Der kommt später. Den haben wir jetzt jetzt erst klar bearbeitet. Ah, die Wüste wieder. Da konnten wir jetzt auch hoch. Hab ich gerade gesehen. Vielleicht sollten wir das auch machen. Haben wir hier was? Ne. Dann geh ich doch nochmal hoch. Ich glaube, hier kann man hochgehen. Das sah jedenfalls gerade so aus. Ne, doch nicht. Schade. Okay, dann halt nicht. Dann sind wir doch richtig. Wir werden kaum angegriffen. Wahrscheinlich von dem Level, aber... Ja. Finde ich ganz gut gemacht. Dass man halt nicht direkt die ganze Zeit befall will von dem Weg gehen. Hier, glaub ich, waren wir schon mal in der Höhle. Ich möchte aber trotzdem mal. Pfeifhöhle. Äh, ja. Hier waren wir schon. Es müsste irgendwie markiert sein, dass man da alles hat oder sowas. Das wäre ganz cool. Können wir da eigentlich hoch? Ne. Schade. Können wir hier unten irgendwo hin? Ja, können wir. Wo kommen wir hier an? Waren wir schon mal? Nein, war mir nichts. Hier rechts sah das auf der Karte aus. Das wäre hier eine Höhle. Oh, hier haben wir noch mal eine Pisse. Schön. Hier ist eine Höhle. Kurzsache. Treibsandhöhlen. Gefahrenschuhe 40. Oh mein Gott, wir müssen raus. Äh, heh, heh. Tschüss. Das ist ein wenig zu viel. So. Haben wir denn noch irgendwas cooles hier? Okay. Imperale Lanze. Aha. Dann ist noch ein Auftraggeber. Ne, da geht es nur in die Höhle. So, kommen wir hier links. Nein, müssen wir wahrscheinlich einmal außen rum. Oh, das hängt besser aus. Okay, wir haben hier einen Vorteil. Lanze. Das ist nicht der beste Schaden. Deswegen... ...maug ich erstmal so. Okay, Axt. In der Axt kann ich dienen. Und noch mal dienen. So. Ah, vielleicht hätte ich heilen sollen. Ne, der Schaden ist okay. So. Oh, schön. Gefällt mir. So, dann... Die Pfähigkeiten im FP-Steelen. Warte, hoffchen. Oh mein, ich nicht. So, Hanid könnte gleich mal... Wow, der Schaden. Apotheker. Ja, sich selbst. Das ist wichtiger. So, und Hanid müsste Cyrus heilen. Er darf sich ja nicht heilen. Ähm, du kannst aber mal... ...noch eine Analyse machen. Licht, aha. Ich dachte, dass du eine Sonne in der Wüste bist hier, ist das ganz schön traurig. So. Dann. Moment. Zwei. Ne. Einig, 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 für die Hälfte. Hanid. So. Oh, Eifelbruch. Oh, was. Du kannst auf jeden Fall... ...den her ein. Ah, ist okay. So. Dann kannst du... ...du-du-du-du-du. Gelächter, Apotheker. So, das ist einfach ein... Ähm, ja, erste Hilfe halte ich nur noch selbst. Wenn ich das auch wieder voll lässt, dann passt das. So. Und du kannst angreifen. Mit Feuer. Wenn ich auf der Eis nehmen soll, dann fällt mir gerade auf. Hm, egal. Oh, das war gar nicht so viel. So, was habt ihr denn noch? Eis, Wacker. Oh, echt viel? Ja, die machen viel Schaden. Ähm, Apotheker. Äh, du darfst nicht. Ähm. Hau mal drauf. Du musst heilen jetzt. Genau, Cyrus. Und der haut da jetzt mal mit Eis drauf. Das ist ja auch mal vergiftet. Wow. Weißt du was? Hier. Frisst das. Auch schon mal gar nicht so verkehrt. Wow, das Schaden ist auch... Ah, jetzt habe ich eifend schon wieder nicht. Ich sterbe hier gleich noch. Ich sehe es schon kommen. Ähm. So. Boah. Das hätte ich getötet. So. Sterbt. Oh, ich habe doch nicht so viel gehofft. Ich kann nur was aussehen. Ich dachte, der Große wäre schwierig, aber... Ich kann nur was aussehen. Kannst du was brauchen. So, dann jetzt aber... Späteilen mit... 100%. Heißt das jetzt, er kriegt 100 drauf oder kriegt er um die 75? Wir werden es sehen. Okay, er kriegt nur die, die wir haben. Alles klar. So, dann kannst du jetzt auch nochmal heilen. Ja, heilen dann nicht. So. Wir sind erstmal wieder safe. Wow, wir hassen uns. So. Okay. Primrose, zeig was du kannst. Oh, das darf man kann. Äh, ähm, ja. Das ist natürlich doof jetzt. Machen wir das so. Ja, perfekt. Machen wir den. Ja. Sehr schön, einer weg. Und down, oder? Jawohl. Endlich. Gehen wir aus, gehalten uns die Säulen. Ah, einfach nur glab. Sehr schön. So, dann nichts wie raus hier. Die möchte ich gar nicht so lange verweilen. Wir wollen eigentlich mal gucken, ob die Höhle für uns ist. Leider nein. So, dann speichern wir das Ganze nochmal. Sicher, sicher. Südpflastersten-Kluft. Gefahren Stufe 11. Ja. Nicht so schlimm. So, wir müssen... Können nur nach oben. Ja. Okay. Einmal nach oben und dann irgendwie nach unten. So wie das aussah. Fahren wir hier schon mal? So weit schon mal? Ich befürchte, ja, aber... Moment, das ist der rechte Weg, ne? Oder? Wo sind wir hier? Wir sind da oben. Moment, ich gehe nochmal wieder zurück. Ich möchte mal was gucken. Wir sind hier... Ja, sonst wären wir wahrscheinlich da hingekommen, ne? Aber irgendwie... Ich weiß nicht, warum. Aber das hier sieht aus wie eine kleine Höhle. Da, wo die... Ding jetzt jetzt drüber ist. Könnte mich jetzt natürlich auch vollkommen irren. Das sieht so versinkt wie der aus. Hier muss doch was sein, oder? Aber das ist der Anfang. Das Startgebiet. Eigentlich dürfte hier nicht sein. Nur wenn wir ein bisschen abseits gegangen sind. War da bisher immer was. Okay. So, du kannst erst mal wieder heilen. So. Dann sieht das auch schon wieder schön aus. Du kannst noch ein bisschen FP stehlen. Ähm, ja. Fast. Oh, schön. Ähm, best du ein bisschen. Fang. Buh. Funktioniert gar nicht. Nee. Ich mach lieber. Mit Angst. Würde ich sagen. So. Ist das Schaden? Kann ich schaden? Also, für uns nicht. Ja, nehmt mit. So, dann ist das schon mal weg. Gucken wir mal mit dem nochmal kurz. Zu klein. Ah, schade. Ist doch nein. Ich dachte, er wird das überleben. Na gut. Leider nein. Kann ich hier. Nein. Nichts versteckt. Ja, das ist jetzt nur der Ordner. Selbst. Schade. Nee, will ich nicht hin. Hier möchte ich noch nicht hin. So, haben wir irgendwas verstecktes hier. Nee. Von da aus kamen wir ungefähr. Na genau, hier haben wir uns dafür entschieden, nach rechts zu gehen. Das ist bei uns das gleiche. Ist okay. Gut, da unten war auch nur die eine Kiste. Dann sind wir eigentlich durch. Sollen wir uns merken, dass wir hier nichts mehr haben. Ausverkriegen irgendwelche Infos von irgendwelchen Leuten, dass ihr dann was auftaucht, aber ich denke erstmal nicht. Kann ich hier runter? Nein. Sauber. Auffällig aus. Nee. Ist von der Sonne. Okay. Hier kann ich hin. Hier ist nichts. Und hier links. Wollen wir auch schon. Okay. Eigentlich wollte ich ein bisschen kämpfen, aber irgendwie kommt hier nichts. Hm. Das ist doch schon ein bisschen. Saris muss nämlich auch noch mal ein bisschen kämpfen hier. Dabei. Eigentlich kann er ein bisschen scouten. Oh, böse. So, dann scoute du noch mal. Gut, haben wir das auch. Du kannst. Na, fangen. Den oder den? Bin in den. Gar nur mit. Rat hatten wir eben. Okay. So, dann machen wir den. Weg. Weg. Ha, probier es wieder. Da oben. Das ist eine Höhle. Waren wir hier schon mal dran? Unperfektes Heiligtum. Gefahren schon über 15 waren. Treu waren wir, oder? Ich bin der Meinung, wir waren hier schon. Ja. Aber haben wir auch alles erkundet? Ich befürchte, ja. Doch, hier war eine Katze, ne? War hier nicht so. Ah, hier waren wir schon. Mist. Komplett waren wir hier schon. Ähm. Das. Ist okay. Das heißt nichts. Ähm. Ja. Hauen wir drauf. Komm, probieren wir. Schade. Axten ist nicht. Wow. Richtig guter Schaden. Ähm. Okay, lerne Schaden. Nö. Das hat gar keinen Schaden. Ich meine, er ist eh noch relativ schwach, muss ich sagen. Alter. Ich muss ihn heilen. Ich muss ihn heilen und stirbt uns noch weg. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Noch ein bisschen Schaden mehr. Ah. Ah. Du hast sogar eine Schäcke dagegen. So ist es nicht. Aber. Ich muss leider erst mal heilen. Ähm. Ja. Du hast leider keine Windfähigkeiten, aber das war einfach so. Oh, das ist egal. Ach, was tue ich denn da? Er lebt sogar noch, wow. Jetzt mach bitte keinen Schall an alle. Wow, ich sag's noch. Mach's trotzdem. Also wieder heilen. Man, 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 man. So. Das war der. Okay. Dann, äh, ja. Auf den Luft gelaufen. Das haben wir scheinbar wirklich schnell. Ist auch links nichts, ne? Ne. Ich kann die Höhle auch ein bisschen bekannt vor. So, Problem ist nur, ich war mir nicht ganz sicher, ob ich die wirklich schon komplett hatte. Aber ich denke, das haben wir neulich schon gemacht. Warum ist die eigentlich ne Fackel? Äh, rechts können wir nicht rein. Hinter? Ne. Na gut. Da links waren wir auch schon. Okay. Du wirst einfach mal ein bisschen tanzen für uns. Sehr schön. Dann kannst du. Mal draufhauen. Drauf. Schade. Ach, schade. Dann haben wir jetzt nicht alle weg. Schade. Nö. Was auch nicht. Nö. Auch nicht. Ja, easy. So, und du findest noch ein bisschen was über ihn raus. Stäbchen, aber. Na toll. Er hat noch verfehlt. So schön unsere FP auf Max bringen können. Aber nein. Er wollte wieder nicht. Oder er, sie wollte wieder nicht. Ja, du heilst. Nö. Dich selbst. So, und dann nochmal. Aha. Jetzt muss ich noch alles über dich. Wow. Es ist vor keinem Fall so wenig Schaden. So, sie ist fast wieder voll. Du kannst ihn heilen. Nanit, haut drauf. Wow. Das ist in der Hunt, Pika. Das kann ich noch nicht. Wow. Was ist das? Oh Gott. Ah, er darf nicht pusten. Ah, hier ist egal. Ach, da haben wir sogar gebrochen. Ich nehme mich auch gerne mit. Sehr schön. Gut. So, dann würde ich sagen, wenden wir hier den Part. Und, ja. Machen wir uns beim nächsten Mal auf den Weg. Ich hoffe, wir sind dann schon da, wo wir hinwollen. Wir können vielleicht auch schon die nächste Main Quest anfangen. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.